Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Stärkste im ganzen Land? Die Killer Queen aus Hamburg. Seit fast neun Jahren ist die Hamburgerin im Fliegengewicht im Profizirkus unterwegs. Ungeschminkt geht aber auch eine Boxerin nie zu Werke. Die Killer Queen ist auch immer gerne Beauty Queen. Bei der Frau ist es natürlich wichtig, schön auszusehen. Ich achte natürlich sehr darauf, außerhalb des Rings natürlich gut auszusehen. In einem Schönheitssalon in Hamburg erholt sich Susi wertvolle Tipps für ihr perfektes Aussehen vor und besonders nach dem Fight. Natürlich gibt es Nackenboxen nochmal in ein anderes Leben. Und ich wünsche mir natürlich auch Nackenboxen attraktiv und schön bleiben. Und da gibt es natürlich diversen Tricks, die ich natürlich drauf habe und kann dementsprechend auch schön die verdecken. Susi Kentikian verteidigt ihren WBA-Weltmeistergürtel am 7. Dezember in der Stuttgarter Porsche Arena. Die Gegnerin Simona Galassi aus Italien. Kein Problem für die Killer Queen. Denn ich zeige am 7. Dezember, dass ich meine Gegnerin umhauen werde. Dzieńpaste. 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 Wie Questo ist eine Kolleginsläu. Die Personstern heraus style.